Und Standkampf. Einige Probleme für Leipold, er muss aufpassen. Aber er scheint sich halten zu können. Sehr anstrengend diese Situation, diese Phase, unheimlich kräftezerrend. Und Erfolg für Leipold. Gut, fast ein Schultesieg, er muss in die Brücke. Ja, er schafft es. Touché, ein Sieg hervorragend. Mal eine Wiederholung, gucken Sie gut zu, wie Alexander aus einer schwierigen Lage herauskommt. Und die Initiative übernimmt, seinen Gegner in Gefahr bringt und ihm auf beide Schultern bringt. Keine Chance für Rodrigo Lager. Sieger Alexander Leipold hier nochmal in eine Wiederholung. Diese prächtige Aktion. Das war's. und das war der schulter sieg von alexander leipold mal ohne kompeten diese bilder sprachen für sich Weltmeister Alexander aber er scheint sich halten zu können sehr anstrengend diese Situation diese Phase unheimlich kräftezerrend und Erfolg für Leipold fast ein schulter sieg er muss in die Brücke ja er schafft es Initiative übernimmt sein Gegner in Gefahr bringt und ihn auf beide Schultern bringt keine Chance für Rodriguez